Ach, da ist auch noch. Okay, also doch ganz nach oben. Komm schon. Komm schon. Oh, ich muss jetzt echt warten, bis das zu Ende ist. Ich muss da links hochklettern, dann auf die Kette und dann rüber. So. Und schnell. Auf die Kette. So geht es. Zack, zack, zack. Dann geht es rüber. Wo muss ich lang? Ich folge einfach den Spuren. Da muss ich rüber, dann muss ich an die Jammerwand springen. Und hier hin. Und jetzt? Runter? Hoch? Vielleicht aber auch gegenüber? Über? Nö. Ich glaube, ich muss runter. Zack. Ein Hebel. Ein Hebel ist schon mal gut. Rechts tief. Ja. Ich kann das drücken. Ich habe die Mauer. Ich habe die Mauer. So. Zack. Was macht es jetzt? Mehr Wasser. Nein. Ding. Also nur eine Kleinigkeit. Ach, das geht schon klar. Das ist ja, also. Ich meine. Nur ein bisschen Veränderung. So, dich brauche ich wahrscheinlich. Lass mal los. Und los. Wir fahren auf der Autobahn. Im Bus. Ach, da bist du ja. Hallo. Wir gehen hier die Straße lang. Du, Fungs. Oh ja. Da brauche ich dich. Ah, zerstören. Zerstören. Hey. Was machst du da, Reiter? Ja, was denn? Kaputt machen. Uff. Was machst du da? Vielleicht zerstöre ein bisschen. So. Und dann sind wir auch schon da. Gegner? Nee, Stein. Nummer zwei. Oh Gott. Mach's doch noch größer. Ich fühle mich auf meinem Stein links so sehr sicher. Ich glaube, ich kann hier gar keinen Schaden kriegen. Da liegt eine Sense. Aber ich gehe erst mal rüber. Ich roll dann wieder zurück. Ich roll jetzt erst mal rüber und mach da die ganzen Sachen kaputt. Genau, weil hier kommt nämlich noch ganz schön viel. Okay. Okay. und fang. Ja, Kiste. Die hole ich mir gleich. Kiste. Ach, da ist der Schlüssel drin für die Tür. Ich habe schon eine Tür mit Schlüssel gesehen. Die ist hier gleich um die Ecke. Aber da will ich noch gar nicht hin, weil ich will erst mal systematisch einsammeln. Da ist auch noch so ein Vieh. Ich mache hier auch erst mal tot. Wie es geflogen ist. Platsch. Ins Wasser. Meine Aufgabe. Ja, ja. Geh ja schon. Ach, guck mal da. Da muss ich gleich runterspringen. Hier nehme ich. Willigen Sachen. Wie ist die? Schaden, Durchschlagsschaden und Blitzschaden. Die passt farblich zu meinen anderen Dingern. Ja, macht nix. Cool. Und scheiße. So, jetzt muss ich erst mal Menü. Nein, anderes Menü. Nein, dieses Menü. Genau. Oh mein Gott. So viele Sachen. 73 bis 87. 80 bis 97. Uh. Kritischer Schaden und Gesundheit auch noch. Kann man da was opfern? Nein. Falsche Taste. Verbessern. Manu. Diese besessenen Dinge kann man verbessern. Schock, Schaden, Verteidigung, Gesundheit pro Kill. Zorn und Pro Kill. Oh, tolle Sachen. Gesundheit. Die will ich auch anlegen. Weil die sind viel cooler. Die sind so strong. Verbessern. Ähm. Ja. Die ist alt. Opfern. Opfern. Ja. Neu. Verteidigung. Kraft Magie. Kritischer Magie. Schaden. Ich will verteidigen. Verbessern. Geh, geh nicht mehr. Geh nicht mehr. Ach, Minu. Und die? Wenn ich hier verbessere, sind die dann noch besser. Ich habe ja ganz viel Scheiß. 91 bis 104, Stufe 8, Stufe 6. Vielleicht hätte ich das nicht alles in, in diese Dinge rein tun sollen. Gesundheit. Verbessern. Zorn bei Exekutieren. Exekutieren. Mehr Gesundheit. Verbessern. Wilde Sense. Ja, die sieht zwar cool aus, aber... Mist. Besser. Geht nicht mehr. 103. Ich weiß nicht, welche ich nehmen soll. Die Stufe 6 und die Stufe 8. Die hat weniger kritischen Schaden. Also einen, einen Punkt weniger kritischen Schaden. Aber dafür 100 mehr Gesundheit. Und... Fast den gleichen Schaden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Gesundheit. Okay. Wenn ich jetzt die verbessere... Und die hier opfer... Ist das so schlau? Ich glaube, es ist nicht schlau. Ich mach's trotzdem. Opfer. Ja. Bam. Verteidigung, Gesundheit, kritischer Schaden. Noch mehr Gesundheit. Oh. So viel. Exekutionschance. Achso, das ist dieses mit B, wenn man die finisht. Kritischer Schaden. Oh mein, kritischen Schaden. Verbessern. Oh, ich kann noch eine Stufe verbessern. Und sie ist jetzt auf jeden Fall besser als die andere. Ist das nicht schön? So. Die hab ich an? Das hab ich auch an. Das hab ich auch an. Ich hab eigentlich alles geopfert, was ich nicht anhab. Okay. Ich hab gemacht, was ich wollte. Ja, ja. So. Die Seite des Buchs der Toten. Das ist ja gar keine Seite. Das ist ja nur so eine Marke. Ich dachte, ich hätte hier eine Seite gesehen. Schade. Ich gucke noch mal runter. Vielleicht fliegt die auch in der Luft rum. Nee. War echt die unter Wasser. Hm. Ah, da. Wo ist mein Vogel? Da. Ich würde mir beim Versuch den Hals brechen. Ich nicht. Das ist ganz schön tief. Aber hier ist auch nichts versteckt. Wie geht's? Dumm, 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 dumm. Rup. So. Ach, das fällt gleich ab, oder was? Das bröckelte schon so. Ich bin Spider-Man. Das bröckelt auch schon so. Ich mach bröckelnde Sachen nicht. Was ist da? Ein Hebel. Was ist denn denn? Ein Hebel? Das ist voll weit. Jammer, jammer. Mecker, mecker. Was ist hier? Oh, Wasser. Oder versteckt. Das Ding. Oh, da ist zu. Da. Verstecktes Ding. Oh, siehst du. Äh, wo war ich nochmal reingesprungen? Ich glaube hier. Ja. Okay. Na dann. Wollen wir mal. Bisschen spazieren gehen. Ja, wir haben jetzt Zeit. Oh, so schön. Oh, geil. Das ist echt schön gemacht. Auch wenn sich die Berge immer wiederholen. Die Spitze da, wo mein Kopf jetzt ist. Direkt über mir. Die Spitze gibt's nochmal da, wo mein Kopf jetzt ist. Guckt. Alles das Gleiche. Aber trotzdem cool. Ich will den Thumbnail mit dem Baum. Das geht nicht. Doch so vielleicht.